So, schwimmen wieder mal. Das tun wir auch gleich mal. Da kann man da schwimmen. Da ist auch ein Kraut. Das zweite Spiel in dieser neuen Sisa. Na, schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Klappe einsammeln können. Bevor wir eine Runde schwimmen gehen. Ist das unten? Ja. Ach. Oh ja. Die ist nicht schlecht. Die läuft nicht gut. Oh, nein. Was ist das? Was ist das hier? Oh, nein. Banane, die Kenmeier. Sleepy sound. Not und deckt. Okay. Hm, okay. Ist gerade eine Tür. Die Zunge einsammeln. Oh, die kenne ich. Die kenne ich doch. Die kenne ich doch. Oh. Zwei Orten bin jetzt schon geschwungen. Hm, das ist mit der Fische. Oh. Oh. Was? Oh. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Du wirst gejagt. Das ist jetzt dumm. Ich müsste eine Jagd abschließen. Ah, ich bin ich. Oh, ich bin ich. ich weiß nicht was das ist aber die maschinenpistole war jetzt heftig noch mal kurz wo sie noch schwimmen da komme ich nie mehr und läuft jemand und ich ja ich 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 habe gar kein geld daher besser ich gerade nicht so viel ist das ein repetier jagdgewehr ein ranger sturmgewehr ich nehme das ranger sturmgewehr mal mit ich nehme das ranger sturmgewehr mal mit ich habe das gefühl da gibt es keine ok da war wohl schon einer hat sich mein zeug gesnackt beziehungsweise seien zeug in dem fall der schnelle war was auch immer das bedeutet mk sturmgewehr ranger sturmgewehr unterschiede sind meins blau ich beide zählen mal das blaue ich glaube das striker ist sehr stark die traumatische schuldflinde ist nicht so stark hat ich wollen zumindest den eindruck so dass ist das denn passiert ich kann auch schon okay Na gut. Was ist das da? Wildschwein. Oh, yeah. Okay. So, ich stehe jetzt hoch. Auflaufen, die von allen Seiten sichtbar sind. So, dann... Oh, ja. Ich glaube, es ist auch ganz einfach weg. Ich habe gerade nichts zum Verbrennen von da her. Ich suche Munitionskosten bei Orientierungspunkte. Okay. Das ist dann wohl ein Orientierungspunkt. Ich finde es ein bisschen interessant, dass da schon jemand war. Zehn Stück neu. Okay. 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 Ich schreie. da bin ich oben. Dann schaue ich es noch. Ich bin wieder umpackt. Krempel kommt ja schon. Nicht mehr viel Zeit hier. Eine noch, komm. Um zu schaffen zu sein. Eine Kiste. Oh nein, hier ist keine mehr. Oh nein, hier ist einfach keine Kiste mehr. Ah, das kann doch nicht sein. Nope, ist einfach keine Kiste mehr da. Ja. Oh. Okay. Immerhin bin ich noch am Leben. Na ja, für das zweite Spiel gar nicht so schlecht. Ich hab so keinen Plan, wo ich hingehe. Und da. Geschossen. Komme ich da hoch? Ja, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ich hätte keinen geheimen Ort. Oder eine neue Ort. Oder? Irgendwann. Okay. Bleib stehen, komm. Bleib stehen und füll dich auf. Okay. 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 Oh, hier wir sind. Okay. Ich weiß nicht. Da vorne rennt auf jeden Fall einer Raum. Oh ja. Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung ob das eine gute Wache jetzt ist. Oh ja. Mein zweites Spiel und ich habe einen epischen Sieg. Klar, ich habe ein wenig vorsichtig gespielt, aber ist ja auch cool. Ja, dann passt es ja. Ja. Für das zweite Spiel. Ich finde ich das schon cool. Ja. 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 Ja.